Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten UMSI 2 Let's Play mit mir und Peter. Wir befinden uns immer noch auf Felsheim und fahren jetzt die Linie 6 von Waldhof-Festspielhaus. Oder Festspielheim? Ne, Festspielhaus sogar. Ja, zurück nach Felsheim. Und ja, es geht auch schon los. Wetter und alles habe ich eingestellt, das heißt wir können auch schon abfahren. Und ja, los geht's, ne? Ja, ich habe die, eigentlich die Info-Sledgebar-Let's Play. Ich habe vergessen, irgendwie, die hochzuladen. Alles irgendwie bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung, was das war, aber schön, ja. Nächste Haltestelle, Waldhof-Bahnhof. Es besteht Übergang zu den Zügen des Regionalverkehrs. Ja, mach's halt nochmal. Egal, was soll's. Ähm, ja. Jetzt fahre ich halt ihre Kunde. Und ja, geht auch. Dann passt das eigentlich noch. Ja, ich fahre ich noch mit einem EWL 292 in der Automatik-Variante. Äh, den werde ich jetzt hier komplett auf Felsheim nutzen. Denn als Überland-Bus ist er perfekt. Und wir haben ja so kleine Überland-Abschnitte und deswegen passt der Bus auch dahin. Ja, ich werde am heutigen Tage, ähm, nicht nur jetzt die Linie 6 machen, sondern auch die Linie 7. Ähm, let's play im Fluss am einfachen Grund. Und da kommen meine Zweifel auf, glauben sie. Denn, äh, eigentlich hatte ich ja heute noch geplant, die ETS 2 Multiplayer zu machen. Aber, äh, ich werde den Multiplayer verschieben. Auf nächste Woche, das heißt, heute kommen dann nochmal, ähm, ja, ein paar zusätzliche Let's Plays. Und zwar dann noch, äh, morgen die, äh, TSM-Map wird kommen. Einmal normal, wir kommen sie. Ja, das ist auf jeden Fall. Und vielleicht... Guten Tag, eine Kurzstrecke, bitte. Vielleicht kommen noch, ähm, solche Arme. Mal schauen. Nächste Haltestelle, Waldhof, Kirche. Neh aint, äh,SHB, Kirche, Katze. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Ja, natürlich. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Nächste Haltestelle Waldhof Stadtplatz. So, wo ist man hier schon? Hallo, ich hätte gerne einmal Schüler. Danke. Danke. Einmal eine Kurzstrecke bitte. Ja genau. Guten Tag. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Ja. Als Weiteren... Eine... Ah, okay. Guten Tag. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Ja. Ja. Wir haben ja jetzt, ähm, ja, da ja irgendwie die letzte vorhin nicht gerückt hat, keine Ahnung, Nächste Haltestelle Waldhof Gymnasium. Ich sehe sie. So wie ich es richtig, ähm, gesehen habe. Ach so, ja schon, äh, da war ja wenig Zeit gewesen. Eigentlich wollte ich sie nochmal ab zurückladen und habe es dann vergessen gehabt. Sieht man nur so säglich in der Geschichte. Ja, und deswegen, ähm, ja, mach ich sie nochmal, aber jetzt halt auf der Rückfahrt. Das heißt, den Teil, wo wir jetzt auf der Innenfahrt gesehen haben, oder ja, die ich sehen konnte, Michael ist jetzt auf der Rückfahrt. Ich meine, es ist ja egal, ob ich jetzt die Innenfahrt, let's play, oder die Rückfahrt, let's play. Es ist ja egal. Auf der, ähm, ihr seht. Und, ja. Vielleicht gibt es halt auch mal die Rückfahrt zu sehen. Egal. Boah, welcher Scheiß! Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? So, wo geht's hier hin? Ja, Waldhof, Bahnhof, geht's rechts weg. Gerade das nach Almhausen, Riedebach, Felsheim und Hildenbach. Ja, wir müssen da nach Hildenbach. Wenn wir hier bündig rauskommen sollten, ne? Daher wird es aber nachher auf jeden Fall noch bei der Linie 7. Kann ich euch versprechen, da seht ihr mehr überland. Und, ja, was wirklich lustig werden. eh Stuttgart muss ich nicht, Alter. Schade. Boah die Schräge, ja, hier in Batelloz abbalg läuft. Schade. Wo die Schräge ja hier in Bad Lعة läuft. Schade. 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 Ja kein programm, ihn wir hier, Morgen. Einmal normal, bitte. Ja, voll, ja. Ein Fahrschein, bitte. Morgen. Einmal Tageskarte. Haben Sie nicht so was wie eine Heizung hier im Bus? Es ist ganz schön kalt hier. Also, ich will ja nichts behaupten wollen, oder? Aber ich habe die Heizung hier auf voller Lotte stehen. Aber naja, wenn es euch kalt ist, bitteschön. Nächste Haltestelle, Hildenbach-Baggersee. Ja, jetzt geht auch halt die Rechte zurück, ne? Das heißt, wir fahren die Tons zurück und gehen raus. Es geht ja mal. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Einmal normal, bitte. Jawohl. Ich hätte gern eine Tageskarte. Hallo. Ja, jetzt versuche ich, dieses Let's Play zu überdruhen. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich nicht nur diese Teil alleine hochladen werde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das holen sollte. Aber... Nächste Haltestelle, Hildenbach. Ja, ich muss gerade im Überlegen, ob ich es jetzt nicht splitten sollte oder nicht. Ich glaube, ich würde es vielleicht machen sogar. Denn dann haben wir die Gewissheit, dass es auf jeden Fall funktioniert anders. Und ja, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen ab und da was zu benennen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zur nächsten Folge wiederhören. Und dann würde ich sagen, bis gleich.